15 Uhr, liebe Zuschauer, Zeit für Maidorns Meinung, Zeitorns Meinung. Natürlich mit Alfred Maidorn vom Anlegermagazin der Aktionär. Sie haben heute für uns ein Solarspezial mal vorbereitet. Wir haben auch schon den Chart von Canadian Solar aufgerufen. Da muss man sagen, da sind die Zahlen ja eigentlich moderat ausgefallen für das vierte Quartal. Aber es gab dann, man hat direkt noch hinterher eine Nachricht geschoben. Und zwar möchte man einen Teil des Solarparks jetzt in einer sogenannten Yield Co. betreiben. Was genau bedeutet das? Ja, das war so ein bisschen versteckt in den Unternehmenszahlen. Da hat man gemeldet, dass man eben jetzt auch eine Yield Co. machen möchte. Das hatten ja schon First Solar und SunPower vor zwei Wochen bekannt gegeben. Dahinter steckt, dass man seine Solarparks, Canadian Solar macht ja nicht nur Solarmodule, man baut auch eigene Solarparks. Bisher hat man diese immer komplett verkauft. Jetzt will man einen Großteil davon behalten. Und den selbst betreiben, um Strom zu erzeugen, um dann damit Geld zu verdienen. Und das kommt natürlich gut an, weil das Geschäft natürlich sehr nachhaltig ist. Man kann mit Solarparks 20, vielleicht sogar 30 Jahre Strom produzieren und hat dann nachhaltige Erträge. Und wenn man diese Yield Co. gründet und sie dann selbst an die Börse bringt, dann steigert das den Wert des ganzen Unternehmens. Und daher auch die Aktie jetzt kräftig im Plus. Und sie hat ja schon in den letzten Wochen ganz ordentlich zugelegt. Wie gesagt, die Zahlen an sich waren in Ordnung. Umso etwas besser als erwartet, der Gewinn etwas schlechter. Aber diese Yield Co. Meldung, die treibt den Kurs und dürfte ihn dann noch weiter nach oben treiben. Sie sagten es gerade schon, der Kurs ist ja jetzt schon recht hoch. Wir sind heute sogar über 6 Prozent im Plus. Wir haben aber noch nicht hier dieses Hoch aus dem September jetzt erreicht. Das hatten wir ja bei 32,62 Euro. Sollte man jetzt noch ein bisschen warten auf einen Rücksetzer? Oder sagen Sie, nein, das könnte hier durchaus mit dieser Yield Co. erfolgreich werden? Ja, das wird schon. Ich glaube auch, dass die Aktie noch weiterlaufen kann. Ich glaube auch, dass wir dieses Hoch noch rausnehmen werden im Laufe des Jahres, weil die Bewertung eigentlich immer noch ganz günstig ist. Wenngleich ich andere Aktien favorisieren würde. Canadian Solar ist im Vergleich zu den chinesischen Modulproduzenten schon etwas teurer. Was aber auch daran liegt, dass man vorzugsweise auf dem US-Markt aktiv ist und sich da höhere Preise erzielen lassen. Also da ist, glaube ich, noch Luft nach oben drin. Aber es gibt, glaube ich, bessere Kandidaten. Wir werfen auch einen Blick auf Jinko Solar. Ja, da hat man auch Zahlen geliefert. Die waren jetzt auch nicht berauschend, aber auch nicht schlecht moderat. Sie lagen bei den Erwartungen. Aber wir sehen jetzt auch hier wieder den Bruch durch die 200-Tage-Linie von der Performance nach oben. Ist das jetzt der Startschuss? Ja, Jinko Solar hat ja am Montag ja schon Zahlen gebracht. Und auch hier, wie gesagt, die Zahlen waren okay, jetzt nichts Besonderes. Aber entscheidend ist auch hier die Yield Co. Fantasie. Denn auch Jinko Solar will eine solche Yield Co. gründen und an die Börse bringen. Das Ganze wahrscheinlich im Sommer oder im Herbst. Genaue Termine gibt es da noch nicht. Aber man ist schon sehr weit, was den Ausbau eigener Solarparks angeht. Man hat schon 500 Megawatt jetzt fertig am Netz und will in diesem Jahr in Richtung 1,5 Gigawatt kommen. Also das ist schon eine Hausnummer. Und die Aktie hat daraufhin noch nicht so richtig reagiert. Man sieht, das hängt noch so ein bisschen hinten dran im Vergleich zu Canadian Solar. Aber das kann sich durchaus noch ändern. Jinko Solar ist im Moment bewertet mit einem KGV. Je nach Schätzung zwischen 4 und 6. Also da ist noch vor der Bewertung viel Spielraum nach oben. Und wenn die Yield Co. noch kommt, dann muss man eh die Aktie komplett neu bewerten. Also das ist so ziemlich für mich die aussichtsreichste Aktie aus dem ganzen Sektor. Was mir jetzt auffällt, wenn wir die beiden Chartbilder vergleichen. Wir hatten bei beiden jetzt im September, im Oktober dieses Hoch. Gab es hier Nachrichten, die jetzt gerade bei den Solarwerten ordentlich gepusht hatten? Ja, eigentlich nicht unbedingt. Es ist eher so, dass dann Zahlen kamen, die nicht ganz so gut waren. Und daher dieser versuchte Einstieg wieder in sich zusammengebrochen ist. Aber ich glaube, jetzt ist es soweit. Jetzt hat man auch, das Jahr 2015 soll sehr gut werden. Gerade was den chinesischen Markt betrifft, dass jetzt wirklich mal der Durchbruch nach oben erfolgen kann. Und wir hatten ja in den Jahren zuvor starke Kurssteigerungen. Und das letzte Jahr war dann eher so ein Jahr der Konsolidierung. Und das könnte dieses Jahr vorbei sein. Und die Aktien könnten wieder sofort nach oben aufnehmen. Die Bewertung gibt es allemal, Herr. Bei dem nächsten Wert, da hatten wir uns auch schon sehr häufig drüber unterhalten, über Trina Solar. Und auch hier gibt es jetzt Neuigkeiten, die natürlich den Kurs ordentlich beflügeln. Was glauben Sie, in welche Richtung kann es hier gehen bei Trina? Ja, man sieht es ja. Auch die Aktie hat sich erholt. Die Charts sehen alle relativ ähnlich aus. Ist ja auch kein Wunder, alle in der gleichen Branche. Auch die Story ist relativ ähnlich. Auch Trina Solar hat mit den Zahlen angekündigt, eine Yield-Code zu gründen. Das macht jetzt jeder, weil es auch Sinn macht, Solarmodule tatsächlich selbst zu verbauen und den Strom zu produzieren. Und man ist zwar noch nicht ganz so weit wie Jinko Solar in diesem Bereich. Man hat jetzt 200 Megawatt an eigenen Solarparks. Aber nichtsdestotrotz, Trina Solar ist die weltweite Nummer 1 bei Solarmodulen und ist auch viel zu günstig bewährt. Das KGV liegt bei 7,8, je nach Schätzung. Und auch hier ist noch viel Luft nach oben und durch die Yield-Code auch hier neue Fantasie. Also das ist so ein bisschen die solidere Variante. Vielleicht nicht ganz so viel Kurspotenzial wie Inco Solar, aber durchaus eine Aktie, die man haben kann. Wir hatten jetzt drei Solarwerte, im Prinzip fast alle drei mit den gleichen Nachrichten. Es geht hier um eine Yield-Code, es geht hier um dieses Ausgliedern und die Zahlen, die waren so, naja, ich sag mal, gerade so zufriedenstellend. Wenn Sie jetzt Trina, Jinko und auch noch Canadian Solar miteinander vergleichen würden, was wäre Ihre Favorit? Ja, schon Jinko Solar. Ist zwar die spekulativste von den dreien, aber ich glaube, mit dem meisten Kurspotenzial. Die anderen beiden sind auch sehr gut und haben auch viel Potenzial, aber Jinko Solar ist, glaube ich, sticht so ein bisschen hervor, weil da einfach die Bewertung am meisten hergibt. Den nächsten Wert, den wir uns anschauen, auch den haben wir schon ganz oft gemeinsam hier auf dem Chartbild angeschaut. Das ist nämlich Solarworld und da, ja, da sieht es traurig aus momentan, oder? Ja, da gibt es keine Erholung und es wird wahrscheinlich auch so schnell keine geben, denn Solarworld, das alte Problem, man ist in den falschen Märkten unterwegs. Man hat zwar den US-Markt immerhin, aber man hat eben noch viel in Europa und der europäische Markt wächst eben nicht mehr. Das Wachstum spielt sich ab in China, in Japan und in den USA. Da kommt man zwar ganz gut voran, aber das reicht eben nicht aus und man wird vielleicht dieses Jahr gerade mal so eine schwarze Null hinbekommen, während die anderen ja schon alle wieder kräftig Geld verdienen. Also das wird schon schwierig für Solarworld und so auf dem aktuellen Niveau. Ich habe irgendwann mal gesagt, so bei 12 Euro ist die Aktieschärbe wertet. Da sind wir jetzt auch und ich glaube, das Potenzial nach oben ist hier relativ beschränkt. Nach unten allerdings auch, also im Moment Solarworld, weder Fisch noch Fleisch. Also da gibt es sicherlich, oder es gibt auf jeden Fall spannendere Storys im Moment im Solarsektor. Ist es dann jetzt, ja, das sogenannte Negativbeispiel von den Solarwerten? Ja, wenn man sich den Kursverlauf anschaut, sicherlich. Ich meine, man sieht es hier, die 200-Tage-Linie kommt irgendwo von 100. Die Aktie war mal bei Split bereinigt, bei weit über ein paar tausend Euro. Also da wird nicht mehr viel passieren, denke ich. Bei SMA Solar, da werden aktuell oder beziehungsweise es war ja schon jetzt Anfang des Jahres bekannt gegeben worden, man streicht einige Stellen, man möchte natürlich hier die Kosten drücken. Und hier fällt auch auf, wir kommen hier auch von einem sehr hohen Niveau und sind dann im Prinzip im Frühjahr des letzten Jahres ordentlich nach unten gekracht, sind jetzt auch bei gerade mal 12,17 Euro angelangt. Ja, ist leider, das war so die letzte deutsche Solar-Erfolg-Story, SMA Solar mit den Wechselrichtern, man war und ist, glaube ich, immer noch Marktführer. Aber das gleiche Spiel eigentlich, man hat es einfach verschlafen, in die wichtigen Märkte zu expandieren. Man hat zu lange am europäischen und gerade am deutschen Markt festgehalten. Man hat jetzt Schwierigkeiten, in die neuen Märkte zu kommen, weil man auch mit den Kosten nicht mithalten kann. Auch im Wechselrichterbereich findet gerade ein Preisrutsch statt, der auf die Margen drückt. Darum ist SMA Solar auch in die roten Zahlen gerutscht und wird da dieses Jahr auch nicht wieder rauskommen. Und so langsam schmilzt auch der Cash-Bestand dahin. Also das sieht bei SMA Solar alles andere als gut aus. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber die Gefahr ist schon da. Oder man muss sich fragen, gibt es die Firma in zwei oder drei Jahren überhaupt noch? Also das ist schon sehr angespannt, die Situation. Wenn Sie sagen, sehr angespannt, dann würden Sie jetzt auch den Anlegern sofort zum Ausstieg raten, zum Verkauf? Ja, ich hoffe mal. Man sieht es ja auch am Kurs, dass nicht mehr ganz so viele Anleger die Aktie haben. Ja, aber? Aber wie gesagt, ich will niemanden zum Ausstieg raten, aber ich sage einfach, wenn ich die Aktie nicht hätte, würde ich sie nicht kaufen. Und im Umkehrschluss, den kann man sich dann selber ableiten. Wesentlich besser sieht es aber aus bei Enphase Energy. Da hat man mit den Zahlen ordentlich überrascht, einen Rekord hingelegt mit den Q4-Zahlen. Und hier hatten wir immer wieder ordentliche Rückschläge gesehen. Also gut, man muss dazu sagen, es ist ja immer im moderaten Bereich noch geblieben. Aber jetzt gilt es natürlich auch wieder Anlauf zu nehmen und hier vielleicht auch wieder Richtung 14 Euro zu blicken, oder? Ja, also die Schwankungen waren schon eigentlich enorm. Also von 14 wieder auf 10, dann wieder auf 12. Also es ist halt so, Enphase Energy ist ein recht junges Unternehmen. Man wächst aber extrem stark, man ist auch im Wechselrichter-Bereich unterwegs und gerade in den USA kommt man hier unheimlich gut voran. Und man macht halt immer so ein bisschen Zweifel, ob das Wachstum, ob man da auch mit Gewinne erwirtschaften kann. Das ist gelungen und jetzt ist eigentlich klar, dass Enphase auf dem richtigen Weg ist. Und man macht nicht nur Wechselrichter, sondern mittlerweile auch Speicherlösungen für Solarstrom und auch im Bereich Smart Grid, intelligente Stromnetze ist man unterwegs. Also genau das, was man eigentlich braucht und Enphase ist hier bestens positioniert, hat mit den USA den größten Markt vor der Haustür. Und es sieht gut aus, dass wir irgendwann auch mal im Laufe der nächsten Wochen vielleicht hier oben rauskommen, ein neues Allzeithoch machen. Und dann ist der Weg nach oben frei und ja, es gibt kein Limit mehr. Würden Sie jetzt Enphase Energy auch eher für den spekulativen Anleger in Betracht ziehen? Oder würden Sie sagen, naja, nee, jetzt ist wirklich hier so dieses, die Luft möchte ich nicht sagen draußen, aber trotzdem so diese Schwankungen draußen, dass es etwas ruhiger wird? Also grundsätzlich ist ja die Solarbranche spekulativ, egal welche Aktie Sie jetzt da nehmen. Also für den Anleger, der sonst nur Procter & Gellner & McDonalds im Depot hat, ist das sicherlich nichts. Aber nichtsdestotrotz ist Enphase sicherlich eine der interessanten Geschichten und vor allen Dingen auch eine ganz andere Story. Eben keine Module, sondern Wechselrichter, intelligente Stromlösung. Vielleicht schon etwas solider als die Modulhersteller und das ist eine echte Wachstumsstory. Also finde ich eine schöne Geschichte. Sicherlich, man muss so ein bisschen spekulativ eingestellt sein. Stichwort Story, Herr Maidorn. Wir haben nämlich noch einen Wert, nämlich einen chinesischen Wert und hier haben wir Hana Ji. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Ja, ich weiß es auch nicht so genau, aber ich denke mal schon. Wenn dahinter Sinnfilm kommt, dann ist das wohl eher so eine englische Bezeichnung. Bei Hana Ji handelt es sich eben um ein chinesisches Solarunternehmen und Sie sagten mir zu Anfang der Sendung schon, hier gibt es eine ganz interessante, eine ganz spannende Story zu welchen. Ja, man sieht es ja am Kurs, ich meine, es ist eigentlich kaum zu glauben, wenn man sich diesen Kursverlauf anschaut, dass es eine Solarakte sein soll. Weil wir waren vor einem Jahr oder besser gesagt sogar noch vor einem halben Jahr bei unter 20 Cent, sind jetzt bei über 80. Also hat sich vervierfacht, mehr als vervierfacht die Aktie innerhalb so kurzer Zeit. Das hat eine Reihe von Gründen. Also das Problem ist so ein bisschen bei dem Unternehmen, Hana Ji verkauft den Großteil seiner Produkte an die eigene Muttergesellschaft, die Hana Ji Group. Und die wiederum ist auch mit 70 Prozent Großaktionär. Also das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen Inzest, aber so in die Richtung geht es. Das bleibt so alles in einem Bereich und man hatte, das war so ungefähr vor ein paar Wochen, hatte die Financial Times und auch einige andere Zeitungen berichtet, dass da mit den Bilanzen irgendwas nicht stimmt, dass man da Sachen bucht, die gar nicht existent sind, weil es ja auch gut möglich ist, wenn man alles im eigenen Firmenkomplex macht. Und daraufhin hatten wohl viele Anleger die Aktie leer verkauft. Und da die Stückzahl auch sehr gering ist, kam es dann hier in den letzten Tagen zu einem Short Squeeze, der die Aktie so nach oben getrieben hat, was zur Folge hatte, dass jetzt Hana Ji bewertet ist mit fast 30 Milliarden Dollar. Das ist ungefähr fünfmal so viel wie First Solar, die größte US-Solar-Aktie. Also das ist schon utopisch und hier kann man eigentlich darauf warten, bis das Ganze wieder in sich zusammenstürzt. Also dieser Kursanstieg ist eher gemacht als tatsächlich fundamental unterlegt. Aber trotzdem auf jeden Fall spannend anzuschauen. Vielen Dank für diese Reise durch die Solarwelt, Alfred Meidon. Vielen Dank.